Sooo, wir haben Jahr 4. Scheiße. Es ist endlich soweit, wir sind im nächsten Jahr. Unsere Kinder sind leider nicht größer geworden, schade. So, hallo Frau, hast du irgendwelche großen Pläne für das neue Jahr? Eigentlich nicht. Du musst doch vielleicht die Insel fertig machen. Ist doch kein Silvester oder so. Cool. Dann Eierfest und Lymetanz haben wir, okay. Schau mal aus mir. Ich find's geil, wenn es so ein Feature geben würde, wo einfach dann einfach am letzten, also hier einfach alles dann auf gut gestellt wird, sag ich mal im Wunder. Oh, direkt wieder ein bisschen Arbeit auf dem Feld, nice. Für uns. Oh, ne, ich rede immer über Nacht. Oh, sonst... Sooo, gut, dann... Wir haben hier noch Zeug drin, ne? Was haben wir denn hier noch? Milch, Eier... Das war's eigentlich schon, ne? Ja. Das war's schon. Gut. Und... Oh, meine sind fertig, okay. So, den dahin. Und den dahin. So, kommen wir mal zuerst mal jetzt hier drum. So. 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 Was ich mir als Feature wünschen würde, ist, dass ich dafür belohnt werde, dass ich Jahre abschließe im Grunde. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Jahr abgeschlossen habe und so im nächsten Jahr abgeschlossen habe, dass ich einfach dann irgendwie Schadensbußkriege erleben habe oder so, irgendwas in der Art. Das heißt, dass ich das halt für mich, sag ich mal, ein bisschen, eher... ...levi... Äh, be-be-be... Ich kann schon nicht mehr aussprechen, äh, dass ich das halt im Grunde halt ein bisschen was davon habe. Das ist ja so meine Spielsichter. Das sagen wir mal so. Das wäre doch mal ein schöner Effekt. Das war ja, aber wir sind im Grunde wieder am Ende der Welt. Das wäre doch aus. So, ich glaube die... Spannende wollen raus. Noch nicht. Jetzt dann noch mal von mir zurück. Können wir heute wahrscheinlich auch noch die Truffelproduktion ein bisschen anfahren. So, ist aber das Heiler geblieben. Sehr schön. So, schauen wir mal hier rein. Wir sind direkt am Arbeiten schon. Oh nein. Was? Wir haben erstmal unsere Tiere gemacht. So, unsere Bäume wollen geerntet werden. So, Weine wollen gemacht werden. Hm, okay. Wir sind alles übergedeckt. So, gehen wir erstmal hier ran, wo da alles nämlich gab. So, warten wir mal die Kirschen. Da haben wir die Kirschen. Okay. So, hier können wir das alles im Grunde erstmal reinschmeißen. So. So. Zack, 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 zack. So. Jetzt wollen wir Felder befreien. Jetzt ist die Frage, was spawnen wir an? Oh, der Scheiße ist halt auch schon ein Baum, ne? Fuck. Wir müssen das mal messen. Platz schaffen würde ich sagen. So. Zack. Zack. So. Musik 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 Zrrrrr. Junge, wo willst du hinschlagen, bitte? Tell me, please. Hallo, ich will da hinschlagen. Ich bin so schwer. Junge. 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 Gut, gut, genau, Schweinchen. Püffel sind umgekommen. So, und schauen, was haben wir dann für einen Frühling hier angebaut. Tommernsamen. Sommer ist das Frühling. So, Erdbeeren. Erdbeeren, klingt doch schon mal gut. Blut noch mal drüben. Die sind relativ fix. Ktoffel. Und mit der Sense. Blumenkohl. Wächst an Rankengerüst. Mehrmals geerntet werden. Okay. Schauen wir das da mal. Blumenkohrer noch einmal, ne? Ja, Blumenkohrer ist noch einmal. Fahr mit der Erdbeeren an einfach. So. Ich merke schon, die sind ötzend, die Dinger hier. Ah, ich komme die gar nicht durch. Ach du Scheiße. Ja, Jesus. Was für'n Scheiße ist das denn? Was für'n Scheiße ist das denn? Ich stehe hier schon an den einen nicht mehr dran, oder was? Was für'n Scheiße ist das denn? 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 So. Brunsende Muldreizende. Junge, ich bin immer noch nach hier. Schöninger ist zu 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 Schöninger ist zu